Hallo und willkommen noch einmal auf der Vollmetallbahn. Wie ihr dem Titel entnehmen könnt, ist dieses Video kein dritter Teil der Chronologie des Grauens, sondern ein Blick in die Zukunft. Was gibt es für Pläne für die Vollmetallbahn für die kommenden Jahrzehnte? Was davon ist realistisch und was sind meine persönlichen Wünsche? Im Gegensatz zu meinen beiden bisherigen Videos über die Vollmetallbahn wird dieses Video etwas kürzer und von der Stimmungslage gefasster werden. Außerdem soll es auch um die Oberbergische Bahn gehen, auf der ja die RB25 von Köln nach Lünenstadt ebenfalls verkehrt. Die Zukunft dieser Strecke ist eng mit der Vollmetallbahn verknüpft, deswegen erschien es mir sinnvoll auch darüber zu sprechen. Ich wünsche viel Vergnügen. Wir starten mit der aktuellen Situation, beziehungsweise mit der Wiederherstellung des eigentlichen Normalzustandes, den es bis zum Sommer 2021 gab. Ich verweise auf Teil 2 meiner Chronologie. Also voraussichtlich, ab Anfang April wird die RB52 ebenso wie die RB25 wieder im Stundentakt auf der Vollmetallbahn verkehren mit Bahnsteigleichem Übergang in Lüdenscheid-Brügge. Ab 2023 soll außerdem ein neuer Regionalexpress RE55 Meinerz Hagen und Hagen verbinden. Dort entsteht dann zusammen mit der RB25 Köln-Lüdenscheid und der RB52 Dortmund-Lüdenscheid ein Halbstundentakt. Wer mein letztes Video über die Vollmetallbahn gesehen hat, weiß, dass das natürlich nicht eingetreten ist. Ich weiß nicht, wer da auf den völlig unrealistischen Plan kam, schon bis Ende 2023 einen Halbstundentakt bis Meinerz Hagen haben zu wollen. Laut Wikipedia war sogar der Wunsch da, diesen RE55 bis Meinerz Hagen Schärl an die Autobahn-Auffahrt zu verlängern. Dies wurde aber anscheinend im Mai 2022 zurückgestellt. Im Zielnetz 2040 lesen wir folgendes. Zusätzlich zur RB52 soll eine neue Linie RB55 entstehen, die sich zwischen Dortmund und Lüdenscheid-Brügge zu einem Halbstundentakt überlagert und dann weiter nach Gummersbach fährt, was außerdem ebenfalls einen Halbstundentakt zwischen Dortmund-Hagen und Lüdenscheid und auch Gummersbach bedeuten würde, zum Teil mit Umstieg in Lüdenscheid-Brügge auf die RB25. Außerdem soll die RB52 in Lüdenscheid-Brügge geflügelt werden und ein Zugteil über Oberbrügge bis nach Halfer geführt werden. Damit hätte die durchaus schöne Kleinstadt mit gut 15.000 Einwohnern wieder eine attraktive Direktverbindung ins Ruhrgebiet. Ein 30-Minuten-Takt von Lüdenscheid bis Hagen bzw. Dortmund wäre ein großer Fortschritt. Nicht nur würde man bei verpassten Zügen nur noch eine halbe Stunde später statt eine Stunde später am Zielbahnhof im Sauerland ankommen. Auch Fahrten mit der Bahn würden dadurch attraktiver und flexibler. Fahrten von Lüdenscheid nach Berlin beispielsweise würden sich um eine halbe Stunde reduzieren, da die Umsteigezeit in Hagen von der Vollmetallbahn auf den ICE über eine Dreiviertelstunde beträgt. Hier ein paar Beispiele, wie sich die Fahrzeiten bei aktuellem Fahrplan verändern würden, gäbe es einen Halbstundentakt zwischen Lüdenscheid und Hagen. Also Lüdenscheid, Berlin Hauptbahnhof, 4 Stunden 42 statt 5 Stunden 12 mit einem Umstieg. Mit dem Auto wären das ca. 5,5 Stunden ohne Pause. Lüdenscheid-Münster Hauptbahnhof mit Regionalverkehr wohlgemerkt, 1 Stunde 49 mit einem Umstieg, gegenüber 2 Stunden 14 mit zwei Umstiegen oder 2 Stunden 19 mit einem Umstieg. Auto ca. Stunde 15. Lüdenscheid-Solingen Hauptbahnhof mit Regionalverkehr, 1 Stunde 41 mit einem Umstieg statt 2 Stunden 3 mit zwei Umstiegen bzw. 2 Stunden 11 mit einem Umstieg. Auto ca. 1 Stunde 15. Was leider ein Ärgernis ist, ist die Anbindung nach Bochum. Diese dauert mit Umstieg in Hagen Hauptbahnhof von Lüdenscheid aus regulär 1 Stunde 39. Grund dafür ist die knapp halbstündige Umsteigezeit in Hagen Hauptbahnhof, da man offiziell den Anschlusszug nach Bochum dort knapp verpasst. Wer die Verbindung kennt, versucht es trotzdem mit Rennen, aber das bleibt ein Glücksspiel. Wenn es möglich wäre, die Ankunft bzw. Abfahrtzeiten der Vollmetallin und der RE16 bzw. RB40 um wenige Minuten anzupassen, könnte man diese Fahrzeit ebenfalls um etwa eine halbe Stunde auf ca. 1 Stunde 10 reduzieren, womit man zeitlich wieder näher dran wäre an der Autoverbindung mit gut 45 Minuten. Warum erzähle ich das alles? Als eher jüngerer Mensch beschäftige ich mich die Frage, wie attraktiv es bleibt, in der Region um Lüdenscheid wohnen zu bleiben. Oder selbst wenn man zum Beispiel zum Studieren in die beliebte Stadt Münster zieht, wie es einige aus meinem Umfeld getan haben, wenn du mit dem Zug eine Stunde länger brauchst, um von Münster in deine Heimatstadt zu fahren als mit dem Auto, ist das nicht attraktiv. Bei einer bequemen Verbindung mit nur einmal umsteigen und nur gut 30 Minuten mehr Fahrzeit als mit dem Auto ist es schon eher wieder was anderes. Das gilt natürlich nicht nur für Leute, die studieren oder eine Ausbildung machen. Auch für Arbeitspendler ist ein Halbstundentakt nach Hagen und Dortmund wesentlich attraktiver als ein Stundentakt. Gerade in Zeiten des Deutschlandtickets kann es Bahnfahren wieder attraktiver machen. Außerdem bedeutet es mehr gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit weniger oder gar keinem Einkommen. Wenn du dort, wo du lebst, darauf angewiesen bist, ein Auto zu besitzen, um zur Arbeit zu kommen, ist das eine wesentlich höhere finanzielle Einstiegswürde, als wenn du im Halbstundentakt mit Deutschlandticket mit dem Zug zu deinem Arbeitsort pendeln kannst. Wir schauen jetzt mal auf die Oberbergische Bahn, die RB25, im Abschnitt des Bergischen Landes. Dort soll die RB25 zur S15 und die Strecke bis Marienheide elektrifiziert werden. Dies würde einen 20-Minuten-Takt ergeben. Eine mögliche Streckenführung stellt das Zielnetz 2040 so dar. Die RB25 wird eingekürzt auf den Abschnitt zwischen Lüdenscheidt und Gummersbach, was bedeuten würde, dass für Fahrgäste aus Lüdenscheidt, Kirsbe und Mainazagen die Direktverbindung nach Köln verloren gehen würde. Das hat im Jahr 2021, als die Pläne erstmalig vorgestellt wurden, natürlich für Ärger gesorgt. Warum nur bis Marienheide? Immerhin ist die Stadt nicht größer als Mainazagen. Und ein Grund dürfte sein, dass Marienheide im Bergischen Land und damit im Tarifgebiet des Verkehrsverbund Rhein-Sieg liegt und Mainazagen Teil des Sauerlandes ist, obwohl es irgendwie auch zum VHS gehört. Man könnte diesen Tarifflickenteppich auch gerne das Heilige Römische Reich deutscher Nation der heutigen Zeit nennen. Ihr erinnert euch vielleicht an das Tarifkuriosum, das ich am Ende von Teil 1 beschrieben habe, wo es beispielsweise teilweise abstrus günstiger war, von Mainazagen aus nach Köln zu fahren, als von Kirsbe nach Köln. Diese Probleme haben sich zumindest für regelmäßig Fahrende durch das Deutschlandticket ja deutlich abgemildert. Ob das alles so passieren wird? Ich bleibe nach den Erfahrungen der letzten Jahre skeptisch. Bis 2040 fließt noch viel Wasser die Vollme runter, hoffentlich nicht wieder zu viel. Und wer weiß schon, was die Zukunft bringen wird. Trotzdem möchte ich es mir nicht nehmen lassen, auch noch meinen Senf dazuzugeben und drei Vorschläge für die Zukunft der Vollmetallbahn vorzubringen, beziehungsweise drei Thesen. Erste These. Hagen Dahl sollte saniert und wieder zweigleisig ausgebaut werden. Hagen Dahl war mal zweigleisig, da die Strecke zwischen Lüdenstadt-Brügge und Hagen komplett zweigleisig war. Dahl besitzt einen ehemaligen Mittelbahnsteig, den man wieder herrichten könnte. Zwar gibt es eine Paketabholstation auf dem Bahnsteig, ich hoffe jedoch, dass das einer möglichen Reaktivierung als Kreuzungsbahnhof nicht entgegenstehen würde. Zudem sollte der Haltepunkt generell mal saniert werden, da er einen sehr heruntergekommenen Eindruck macht. Man könnte dort einen Mittelbahnsteig wie in Kirsberg richten, bei dem ein ebenerdiger Übergang über das eine Gleis, das dafür nicht von durchfahrenden Zügen benutzt werden dürfte, verwendet wird. Was hätte das für Vorteile? Bei einer Verspätung des Zuges aus Hagen könnte die Zugkreuzung aus Rummenol nach Dahl verlegt werden, somit würde sich die Verspätung nicht oder in geringerem Ausmaß auf den Gegenzug in Richtung Dortmund übertragen, der dann verspätet in der Hagen-Hauptbahnhof ankommen und den Herdecke bei der nächsten Zugkreuzung die Verspätung wieder auf den nächsten Zug in Richtung Lüdenscheid übertragen würde. Diese Ersatzmöglichkeit für eine Zugkreuzung wird so beispielsweise bei Bedarf im Bahnhof Mainazagen durchgeführt. Ist die RB25 aus Köln mehr als 5 Minuten verspätet, kann die RB25 in Richtung Köln von Kirsberg schon mal weiter nach Mainazagen fahren und dort die Zugkreuzung mit dem Gegenzug abwarten. Zweite These, Dalerbrück und Dahl sollten bei einer Ausweitung auf einen Halbstundentakt weiterhin nur im Stundentakt bedient werden. Auf den ersten Blick mag diese These widersprüchlich wirken, da es eine Abwertung gegenüber dem Zielnetz wäre, in dem die beiden Haltepunkte ebenso wie die anderen Zwischenhalte auf der Vollmetallbahn künftig halbstündlich bedient werden würden. Mein Gedanke für diesen Vorschlag wäre aber, dass es somit möglich wäre, mehr Stabilität in den Fahrplan zu bringen. Eine Einsparung der beiden Halte würde jeweils etwa eine Minute Zeit einbringen, vielleicht ein bisschen mehr. Das mag nicht viel sein, kann aber auf einer eingleisigen Strecke, die zwischen Brügge und Hagen-Delstern nur in Rummenol eine Kreuzungsmöglichkeit aufweist, einen Unterschied machen. Eine zusätzliche Minute Puffer im Fahrplan würde die Zugkreuzung in Rummenol verlässlicher machen, ebenso wie den Anschluss in Brügge an die RB25 in Richtung Gummersbach und Köln. Nun könnte man dagegen halten, dass dafür Fahrgäste aus Dahl und Dalerbrück einen Nachteil hätten. Aber Dalerbrück ist ein Stadtteil von Schalksmühle und hatte im Jahr 2014 knapp über 1000 Einwohner. Die Zahlen sind nicht mehr ganz aktuell, mich würde es aber überraschen, wenn es mittlerweile deutlich mehr wäre. Auf Wikipedia lesen wir von 300 Fahrgästen an diesem Haltepunkt pro Tag. Der Haltepunkt Schalksmühle ist zudem nur ca. 1,6 Kilometer per Luftlinie entfernt. Dahl als Stadtteil von Hagen hatte 2018 immerhin 2703 Einwohner und ist neben der Vollmetallbahn auch durch das städtische Busnetz mit der Innenstadt Tagen verbunden. Die Fahrzeit zum Hagener Hauptbahnhof mit dem Bus beträgt zwar 36 Minuten gegenüber 13 Minuten mit dem Zug. Dafür ist die Innenstadt in einer halben Stunde erreichbar. Die bestehende stündliche Anbindung an die RB52 würde bei beiden Halten zudem bestehen bleiben. Es wäre also keine Abwertung, sondern lediglich keine Aufwertung gegenüber dem heutigen Zustand. Also dem heutigen, sobald die Strecke nach fast drei Jahren wieder komplett befahrbar sein wird. Dritte These Die RB25 könnte zur RE werden und sollte weiterhin bis Köln durchgewohnt werden. Diese Forderung ist im Prinzip eine Beibehaltung des jetzigen Zustands, was die Anbindung an Köln für Fahrgäste aus Lüdenscheid, Kiesbe, Mainazagen betrifft. Wenn irgendwann die Strecke von Köln bis Marienheide elektrifiziert sein und im 20-Minuten-Takt bedient werden soll, meint wen gerne, auch wenn ich Bedenken habe, eine eingleisige Strecke, die jetzt schon gerne Verspätungen produziert in einem 20-Minuten-Takt zu betreiben. Ich persönlich denke, dass es ein stabiler Halbstunden-Takt bis Gummersbach oder Marienheide auch tun würde. Damit für Fahrgäste von der Vollmetallbahnstrecke aber kein weiterer Umsteiggezwang in Gummersbach mit Unsicherheiten oder verpassten Anschlüssen bei Verspätungen hinzukommt, soll die Direktverbindung nach Köln bestehen bleiben. Bei einem 20-Minuten-Takt würden dann zwei der dreistündlichen Züge ab Marienheide als S-Bahn in Richtung Köln verkehren. Der dritte Zug wäre weiterhin die RB25 aus Lünenstadt, die jedoch als RE verkehren würde und zur Steigung der Betriebsstabilität beispielsweise nicht in kleineren Stationen wie Rülsrath-Stümpen, Ründeroth, Hoffnungsthal oder dem geplanten Haltepunkt Overrad-Wilkerad halten würde. Als Kompromiss könnte die RB25 auch weiterhin alle Stationen bedienen. Wie sieht es aus mit der Elektrifizierung? Mein Vorschlag wäre auf der RB25 und auch auf der RB52 perspektivisch Akkutriebzüge einzusetzen. Wenn man wie geplant die Strecke von Köln bis Marienheide elektrifiziert, könnten die Züge der RB25 auf dem verbleibenden Abschnitt von Marienheide bis Lüdenscheid, der so gut 30 Kilometer bemisst, mit Akku fahren. In Lüdenscheid könnte man eine Oberleitungsinsel errichten, die den Zug während der ca. 10 Minuten, die er dort im Bahnsteig steht, wieder so weit auflädt, dass er den erneuten nicht elektrifizierten Abschnitt bis Marienheide locker bewältigen kann. Die RB52, also die Vollmetallbahn, könnte ebenfalls dann als Akkutriebwagen verkehren mit einer Oberleitungsinsel in Lüdenscheid. Die nicht elektrifizierten Abschnitte der RB52 zwischen Dortmund-Signal die Dunnerpark und Hagen Hauptbahnhof sowie zwischen Hagen Hauptbahnhof und Lüdenscheid dürften damit zu überbrücken sein, da diese ebenfalls nicht länger als 30 Kilometer lang sind. Die Flirt-Akku-Züge von Starter beispielsweise schaffen solche Distanzen locker. Sollte übrigens tatsächlich auch ein Halbstunden-Takt zwischen Lüdenscheid und Gummersbach entstehen, dann würde ich zumindest eine der drei geplanten stündlichen S-Bahn-Verbindungen von Marienheide nach Gummersbach streichen und durch die neue RB55 ersetzen, um eine Doppelung zu vermeiden. Ein weiterer Gedanke wäre dann, ob die Oberbergische Bahn überhaupt bis Marienheide elektrifiziert werden müsste und ob nicht dort auch ein Akkubetrieb mit der S15 zum Beispiel Ab-Overath oder Engelskirchen möglich wäre mit entsprechender Oberleitungsinsel zum Aufladen am Endpunkt in Marienheide oder Gummersbach. So, das waren die Pläne und meine drei Thesen zur Zukunft der Vollmetallbahn. Bis zum nächsten Mal, vielleicht wird es noch ein weiteres Video zur Vollmetallbahn geben, mal sehen, was noch so passiert und vielleicht gibt es dann beim nächsten Mal auch ein neues Video Format. Mal sehen, bis dahin, wir sehen uns noch im Schienenersatzverkehr, bald wieder im Zug, drücken wir die Daumen.